ja hallo herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist mir oder game collector es gibt heute mal wieder ein st book einen film den ich euch vorstellen möchte ich habe ihn persönlich im kino nicht gesehen weil ich da andere filme bevorzugt habe heute ist das die book bei mir angekommen beziehungsweise gestern von amazon und zwar wir haben hier wenn ein etwas eigenartiger titel aber zu deutsch heißt es lass uns metzeln carnage so heißt es übersetzt beziehungsweise gemetzel ja ich habe hier das 4k st book wieder ein bisschen skurril von amazon denn ich habe es ja vor monaten schon vorbestellt und dann ist es komischerweise für ein paar wochen irgendwie aus meiner bestellung verschwunden also amazon hat da scheinbar heimlich mal wieder deine bestellte ware storniert warum sie das gemacht haben ich weiß es nicht wahrscheinlich aus gründen die man sich nicht erklären kann vielleicht waren sie nicht sicher ob sie die gewünschte menge her bekommen aber dann war es nicht verfügbar ich habe dann hin und wieder mal nachgeguckt und dann auf einmal war es wieder verfügbar ja sehr sehr eigenartig alles aber naja egal ja so schaut das ganze aus erstens mal schon mal ein richtig geiles motiv werden wir gleich sehen wie es in voller bracht ausschaut so jetzt müssen wir erstmal wieder ein paar klebestreifen entfernen das infoblatt entfernen wir mal also das ist schon mal ein richtig geiles motiv die kleber streifen ab geht gott sei dank hoffe ich einfach verlustfrei jawohl für mich ab 16 freigegeben naja ob der blutig ist ich weiß es nicht angeblich nicht warum sie den ab 16 freigegeben haben und den ersten teil nicht kann ich leider auch nicht sagen so technische informationen teuer wissen aber auch mit an bord und natürlich für die playstation 5 ist es wahrscheinlich perfekt optimiert worden haben wir vorne schon gesehen auf der folie also das war jetzt mal das infoblatt das frontmotiv das gefällt mir richtig gut carnage und wenn man mir abgebildet richtig geil dann hier so von der seite der spine und dann haben wir hier die rückseite das ist zum beispiel ein motiv das gerne mal tellen heimlich versteckt aber hier scheint alles in ordnung zu sein hier meine lampe die spiegelt hier schön damit wir hier keine tellen erkennen können hoffe ich alles gut ja gut damit sind hier eigentlich fast das gleiche motiv nur etwas ran gesucht ein bisschen einfaches los dafür haben wir einen richtig geilen innen druck der mir sehr gut gefällt sagen wir einmal die normale blu-ray wieder mit schönen unterschiedlichen cover motiven zumindestens hoffe ich bei dem hier wird dann preff 2 zum beispiel da waren es ja zwei gleiche diskenet waren sie nicht nicht so nicht glaube ich mache das tatsächlich noch so unterschiedliche motive ja hier haben wir wieder diverse fsk logos weil auch im ausland die 4k scheibe da mit einer deutschen tonspur ausgestattet ist und das ist mal ein richtig geiler innen druck der gefällt mir richtig gut haben sie richtig geil gemacht richtig geil das nenne ich mal ein tolles die book gut das ist ein bisschen einfallslos da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht zumindest auf der rückseite hier haben sie es einfach nur an gesund die book ist nicht labbrig gut verarbeitet passt freut mich auf dem film dauert zwar nur etwas kurz also 97 minuten nach der laufzeit ist nicht gerade lang aber ich denke ich werde hoffentlich gut unterhalten werde ich mir natürlich auf meiner playstation 5 werde ich mir den angucken ihr könnt mal in die kommentare schreiben wie ihr den film findet ob ihr ihn schon gesehen habt ich denke die meisten haben ihn schon gesehen wie gesagt könnt euch austoben gut wenn euch das unboxing video gefallen hat würde mich über den daumen hoch freuen über ein abo und nicht vergessen die glocke zu aktivieren und wir hören und sehen uns zum nächsten video